SRF Verkehrsinfo und da möchte ich wissen, wie hat das bei dir so aussehen? Ich habe 2018 auch wieder viel Verkehr gehabt. Ja, das... Das müssen wir ehrlich gesagt nicht wissen. Es geht mehr um Stau und so, weisst du? Okay, das ist gut. Und meistens Stau in unserem Land ist da immer in Berna. Wie kommen Sie auf das? SP-Parteipräsident Christian Löwra? Im Bundeshaus ist ein großer Reformstau. Wir müssen endlich vorwärts machen um den Kapitalismus zu überwinden. Ja, da wünschen wir ganz viel Glück dabei. Wir wünschen aber vor allem auch allen anderen zu Hause oder da bei uns im Publikum weiterhin gute Fahrt im Jahr 2019, dass er möglichst staufrei durchkommt. Gilt natürlich ganz besonders auch für alle Piloten von der Swiss. Also unsere Katastrophe, wir haben 5 Floten, die sind immer bereit. Das heißt, er bringt uns den Flugabend nicht unten, also es ist einfach zu kotzen, wiederum all das zu erhöhen, das ist eigentlich fast schnell der Vogel, und das ist eigentlich ganz schön. Also das war die Flugabend nicht unten, aber auch mit der Flugabend nicht unten. Ich glaube, wir haben eine sehr sehr viele